Na, hat euch dieser Ton gefallen? Mir garantiert nicht. Ich krieg da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diesen Ton höre und deswegen hab ich ihn irgendwie abspielen lassen. Um euch zu provozieren. Ganz genau. Ich möchte noch im Anschluss ein herzliches Grüßchen an Blauer ausrichten, der auch in der nachfolgenden Szenerie zu hören ist, die allerdings nicht in-game abspielt, sondern während des Loading Screens, den ich natürlich ausgeblendet habe. Ihr werdet dafür irgendwas anderes sehen. Also, ja, genießt auch im Anschluss das Video vom TTT-Mensch, aber genießt doch jetzt erstmal die paar Sekunden mit Blauer. Als Weihnachtsmann. Hallo. 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 Und, was geht hier so? Gary's Mod. Jetzt mal no shit, Alter. Lenny. Seidens ist MTS, ne? Was los? No shit, du solltest mal auf so'n Weihnachtsmarkt oder so dem Weihnachtsmann spielen. Äh, warum soll ich das machen, Alter? Weil du halt voll die geile Stimme dafür hast. Als ob, Leute. Du hast halt so die perfekte Stimme dafür. Ich hasse Kinder, Alter, ohne Witz. Ja, ich hasse Kinder auch. Ich schlag die dann einfach alle. Ja, klar. Dann mach das erst recht. Dann komm ich sogar extra hin. Der beste Weihnachtsmann, die wird alle unartiglich. Ich krieg dir alle Schläge. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ich wünsche euch auch ein guter schönen guten Abend. Ja, hallo, Sense. Hallo. Hallo, Sense. Da musst du einfach rejoinen. Ich will aber nicht rejoinen. Du musst aber. Du musst aber, damit du mit uns spielen kannst. Genau. Das heißt, ich will jetzt eine Runde blind, Alter. Okay, dann spielt sie eben blind. Junge, diese Stimme. Ich feiere dich grad so hart. Dankeschön. Hallo, Leute. Ich seh nichts. Ich bin beim Traitor-Tester. Hi. Wie war das? Du siehst nichts. Ja, ich bin beim Traitor-Tester. Ich bin bei Tau. Ja, ich hab gerade irgendwo drauf gedrückt mit E und dann hat es drüben geleuchtet. Ich sehe halt so ziemlich gar. Hallo. Du kannst du feiernst mich. Hallo. Was denn? Oh, fuck. Ich sehe halt die Wackeln noch, Leute. Was ist passiert? Tarek's is proof. Oh ja, wenn ich Tumsch mal fahren mache, sehe ich ein bisschen was. Hey, wir können mal ein Wackeln noch holen. Ah, mit Kuh. Ich bin's nicht. Hallo, Primo. Hallo, Primo. Hallo, Primo. Hallo, Primo. Hallo, Primo. Hallo, Primo. Ich kann gar nicht sehen. Ich hab dich lieb. Das hast mich doch getötet, Bastard. Ich kann gar nicht mehr auf mich schießen. Immer noch auf mich. Die Muskeln hat sich weg. Die Muskeln hat sich weg. Das ist unten. Äh, warte mal, komm mal her, Fabo. Hallo, Sarge. Ich schwöre, ich küsse auf dich. Hey, wo ist denn der Traitor-Tester? Ich bin unbewaffnet. Der Traitor-Tester ist hier oben. Der Traitor-Tester ist hier oben. Hey, wohin müssen wir gehen? Zum Traitor-Tester. Was? Wer ist Traitor-Tester? Gibt's doch hier irgendwo einen, oder? Ich hab keine Ahnung. Was meint ihr? Ah? Irgendwann, ich spüle Keji, ist es. Ja, Keji tut immer so komisch, gell? Vorhin stand er ganz allein bei mir rum. Wo stand ich alleine oben? Ja, ja, ja. Lassi will ich zum Traitor-Tester führen. Ja, Lassi, wo willst du? Ja, Sarge sieht doch nichts angeblich. Merkt ihr was? Das stimmt was nicht. Das darfst du nicht, Lassi. Habt ihr gerade gehört? Das stimmt was nicht. Oh, shit, Alter. Nicht bei dir. Wow, wer schießt. Oh, wer schießt. Wer schießt? Kevin, Kevin stand so ein Traitor-Tester drin. Und ich drück so diesen Knochen Traitor-Tester und es läutet einfach rot. Und? Nein! Yo, dudes, ich bin fast gestorben, Alter. Hat er irgendwie leid? Ja. 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 So wie das. Also ich hab schon von Anfang an garnt, das ist KG, aber irgendwie... Aber Kevin steht da einfach drin und ich drück einfach so auf... Das Vertrauen ist immer so wie auf meiner Seite. Ey, das geht nicht als Random Kill. Weil du standest im Traitor-Tester drin und ich hab drauf gedrückt. Das ist einfach bloß, äh, Troll. Also nicht Troll. Das zählt nicht als Random Kill. Das ist Taktik, Alter. Das ist auch keine Taktik, das ist einfach einen T-Tester. Tja. KG ist echt ein guter Traitor, muss man sagen. Ja, aber es ist keine Testfläche. Aber weil ich halt drauf gedrückt hab, ist es halt... Ich weiß nicht, wie das zählt, das ist komisch. Uiuiuiuiui. Sarbex lässt hier die Erde beben. Aber es ist zwar keine... Es ist zwar keine, äh, Testpflicht, aber wenn du dich selbst schon in den Traitor-Tester reinstellst... Dann ist es deine Schuld. Du hättest dich auch mal anders hinstellen können. Wer lebt denn noch? Welcome back, Lazy5. Ich will so viele, oder? Da mich ja jetzt keiner von den anderen hören kann, da ich ja als Tot hatte... Aber Sarbex, Sarbex! Jawoll! Sehr gut gemacht! Alter Schwede! Tadada! Das war halt... ...ich wollte halt eigentlich drücken, weil ich so gedacht habe... Jetzt no shit... Der eigentliche Grund, warum ich gedrückt hab, war... Weil ich... Ja, so gedacht habe, dass... Dass ich das Leuchten stumm finde, dieses grüne Leuchten. ja das klingt zwar richtig behindert glaubt er mir die waffe war wohl ne geile runde das licht sieht genaßen weil ich nochmal so grün leuchten wollte weil ich dachte das zählt für mich aber wo ist jetzt dieser traitor oh mein gott hallo primus aber es hat dann geboten weil ich was kaufe ich mir oh man ne mein scheiß Mauskau tut mir leid, alles klar aber das musste grad sein verstehste na ne die Fenster ist true ah ich mir war zu spachteln das war Ruffy ja soviel zu dem Test heiler hhh Death Note hat den Animes ge- warum sind eigentlich deine ganzen Sachen weg waaah 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 Ich würde jetzt mal vermuten, Sands wäre jetzt der nächste oder der zweite Traitor, falls es einen geben soll. Wieso identifiziert Zavex nicht gleich? Aha, er hat Death Note ungebracht. Du hast mich angeschossen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zu der Map, ich finde sie nicht gut. Alter, jetzt habe ich zwar unübersicht. Nicht, Vater, was? Voll traurig. Super. Unübersicht. Ich habe mich genauso angeschossen gewesen. Ja. Lassi! Mich hat sie heute nicht geschossen. Jawoll! Sehr gut. Wir haben es wieder geschafft. Also ihr habt es geschafft. Boah, die Musik ist ja übernissig laut. Echt laut. Oh ja. Du hast drei Mal den Sparta Kick benutzt, aber nicht einmal getroffen. Das ist voll traurig. Also das ist halt richtig traurig. Junge, du fackst voll ab. Ich habe keinen Screenshot vom Inventar. Aber ich hatte diesen rosa Ha... Ich hatte Luke den Lucia-Anime-Skin. Der war so geil. Wieso? Hätte kannst du alle zurückholen, wenn du's denn hast. Ich hab' ja nicht. Aber ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Ich hab' ja nicht. Warum sollte man denn ein Screen von seinem Inventar machen, wenn man... Oh, was ist denn das denn? Oh mein Gott. Hä? Wenn man ein Screen macht, will man es sogt einfach. Das macht doch sicherlich einmal jeder. Aber man hat doch First-Turk? Jörg, du bist mir mal bitte. Ja, dann sieht man trotzdem die Skin-Händen und mich beschützen tun. Ich hab' ja auch. Komm, wenn du mir zu Trader-Ding dann siehst du, was ich mir fehlen. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, das geht. Oh, ich verlaufe mich die ganze Zeit, Alter. Ich auch. Lachi, was machst du da? Hm? Nein. Das haben wir gesehen. Dahinten hat jemand auf jemand anderen geschossen. Ja. Der war Tee. Das war dieser Death Note auch. Der war Tee. Der hatte einen coolen Skin, ich hab' ihn angeguckt. Hast der Tee? Ja, äh, warte Tee. Da bin ich Proven, würd ich sagen. Ja, warte, ich hol schnell die Leiche. Ja, jetzt, das war... Ey, verpiss dich, Lachi. Warte mal. Das war... Ey, das war jetzt von Real nur ein Troll. Ich bin tot. Ich liebe es. Ich bin tot. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Wie konnte man als Detective nochmal was überprüfen? Als E und dann kannst du da... Ich bin tot. Oh Gott. Oh Gott. Wieso ist der tot? Wieso ist der tot? Da hinten steht da nicht. Ah, da hinten ist Sense. Ah, da hinten ist Sense, ja. Das ist super verdächtig. Das ist super verdächtig. Das ist super verdächtig. Ja, ich hab meine Tee-Leiche hier. Ja, ja. Ich hab mir jetzt erstmal ordentlich Fallschaden geholt. Warte, ich hab sie... Ich hab mich verlaufen, glaub ich. Ich bin unten in den Minenschächten. Ja, du bist mit dem Skin. Ja, schießt mir die Leiche hier rüber. Aber wirklich. Bitteschön. Ist das Wasser für dich geworden? Ja, cool. Ja, das war echt giftig. Und da ist gerade jemand ins Wasser gesprungen. Ich glaube, das Wasser ist der mal geworden. Komm, wir müssen lieber leicht mal rumkommen. Der war's. Der war's. Mann! Die Map ist scheiße. Ohne Müll. Ich flieg immer runter. Überall. Ja, ich bin runtergefallen. Hab Vollschaden bekommen. Sorry. Ich bin tot. Ja, ich auch. Ganz ehrlich. Ausrufezeichen RTV im Chat. Ausrufezeichen RTV. Wie macht man den Chat auf? Mit U. Aha, mit U. Und angegeben. Warte, kann man auf seine Items zurückkommen, wenn man einen Skin hat mit seiner Leiche? Oh mein Gott, ich hab einen Skin von Call of Duty. Ja, klar. Ja, bitte Schatz, ein Anime-Skin geschafft. Ich glaub ich schon. Hallo Death Note. Du hast voll den coolen Skin. Ich will den auch haben. Hö. Er hört dich nicht. Du musst X drücken. Gib mir dein Skin. 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 Hör auf auf mich zu schießen, Digga. 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 Nein. Nein. Ich will es nicht. Hol mich zu bisschen. Bring ich um mit. Nein. Nein. Nicht mich umbringen. Ich will es nicht. Okay. Nein. Nicht mich jagen. Ihr Jagd entfalschen. Nein. Nein. Ich hab doch nur aus Reflex. Hilfe. Was mich angeschossen. Hey Death Note. Hey Death Note. Kettichi. Kettichi. Yodabak. Yodabak. Vor mein Auge. Vor mein Auge. Ich kriegt jemand in die Luft geflogen. Fuck how else. Fuck how else. Alter der Skin ist sau geil. Ich will den auch. Ich will den Skin. Ich will den Skin. Voll geil. Death Note. Gib mal Kohle rüber. Einer von euch beiden ist es. Death Note. Gib mir Kohle rüber. Ich will den Skin. Auf Death Note ist es. Ja. Woah. Ey wer schick. Death Note hat gerade jemand abgeknallt. Ah. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Töt ihn. Ich hab hier so viel dazu. Yolobox ist es. Tötet ihn. So viel zum vorherigen. Junge. Was war das? Du meinst an eine Werbung. Du meinst an eine Werbung. Oha. Oh. Was wählen wir denn? Also Minecraft man. Nicht überall Minecraft. Scheiß Minecraft. Ja. Dann haben wir eine Highlight in Minecraft. Machen wir mal die hier. Die ist cool. Nicht wieder so eine scheiß dunkle Kacke. Ich bin so cool. Ich bin so cool, dass sie zwei Stimmen zählen. Also geht mal alle rüber zu MC Skylands. 10. 9. Skylands. Oh wow. Ja. Ja.